Am dritten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kaspern dünn und schwab? Doch als die Suppe kam herein, fing er wieder an zu schreien. Diese Suppe ess ich nicht, ich esse diese Suppe nicht. Diese Suppe ess ich nicht, ich esse diese Suppe nicht. Er hat den Holzschläger dabei, auch Willein brachte was zum Schlagen. Sie wollen den Nachbarn richtig jagen. Ihr bösen, bösen, bösen Buben, ihr bösen, bösen, bösen Buben, ihr bösen, bösen, bösen Buben, ihr bösen, bösen, bösen Buben. Fliegeroben, Fliegeroben. Fliegeroben, Fliegeroben. 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 Bis zum nächsten Mal.